Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von VfG Weaponcare. Heute im Studio Besuch aus Italien von der Firma Beretta, brandneu, die BRX1. Eingangs wieder die Info, Waffe ist überprüft, entladen, Magazin ist heraußen, Sicherheit ist hergestellt. Die Beretta, bekannt für Sportwaffen, bekannt für Militär- und Behördenwaffen, bekannt auch für Jagdwaffen, speziell im Bereich Flinten. Hier haben wir den ersten Repidierer mit der BRX1, den Beretta tatsächlich auf den Markt bringt. Und ich bin sehr gespannt, zum einen, was die BRX1 zu bieten hat und zum anderen, wie leicht oder eben nicht leicht sich die ganze Thematik reinigen lässt. So liebe Zuschauer, bevor wir sie reinigen, gehen wir mal auf die Details der Beretta BRX1 ein. Was hat sie denn, was kann sie denn, mit was kommen sie denn um die Kurve? Erstens, vorne Mündungsgewinde, 14-1. Hier haben wir eine verschraubte Picatinny-Schiene, eine Dreistellungssicherung, kein Handspanner, Dreistellungssicherung. Stellung 1, weißer Balken, Waffe ist gesichert, aber entriegelt. Hier kann sie geöffnet werden. Roter Balken, Waffe ist gespannt, kann ebenfalls entladen und repetiert werden. Stellung ganz hinten, Waffe ist verriegelt, kann nicht geöffnet werden. Um die Waffe zu reinigen, nehmen wir sie einmal komplett auseinander. Um den Verschluss aus dem System zu entnehmen, wird die Waffe teilgesichert. Dann wird der Verschluss geöffnet. Hier befindet sich ein Entriegelungshebelchen. Dieses wird, und ich sehe nicht hin, nach oben gezogen und der Verschluss nach unten ausgebaut. Schauen wir uns den Verschluss im Detail mal an. Liebe Zuschauer, Achtwarzenverriegelung. Ich glaube, hier ist ein bisschen Know-how aus der Militärtechnik drin, was Beretta herbringt. Ich weiß, es sind hier einreihig Achtwarzen für Standardkaliber, für Magnumkaliber, wird das ganze Thema hier gedoppelt und wir haben 16 Warzen in zwei Reihen. Der Verschluss lässt sich noch weiter zerlegen und das auf eine sehr einfache Art und Weise. Ich bin ein Stück weit beeindruckt. Wir haben hier nämlich ein Can-Pin, um bei der AR-Thematik zu bleiben, AR-15, AR-10. Diese ganze Thematik muss nur nach innen gedrückt werden, das geht mit dem Fingernagel. Und ich kann so den Verschluss nach vorne entnehmen, den kompletten Verschlussträger hier, mit Federn, Schlagbolzen und dem Verschlusskopf. Also wir haben hier auch eine gewisse Modularität. Tauschen des Laufes von dem Standard auf dem Magnumkaliber, muss der Verschlusskopf getauscht werden, geht sehr einfach. Also viel einfacher, kann man es nicht gestalten, das ganze Ding wird nur hier abgeschoben. Es geht aber noch weiter. Die Waffe kann von rechts nach links umgebaut werden und dazu müssen wir den Kammerstängel verschieben. Der muss von dieser Seite rechts auf die linke Seite. Hier der Pin wird nach innen gedrückt und er fällt eh schon fast von alleine raus. Der Kammerstängel nach außen gezogen, umgedreht auf die linke Seite. Hier muss der Pin wieder gedrückt werden, damit er sich wieder verriegelt. Und über ein leichtes Klick habe ich aus dem Rechtssystem ein Linkssystem gemacht. Damit die ganze Sache komplett ist, drehen wir hier den Verschlusskopf. Es geht um die Auszieherkralle. Im Rechtssystem wird die Hülse nach rechts ausgeworfen. Im Linkssystem Verschlusskopf abziehen, drehen, wieder einsetzen. Also viel einfacher aus dem Rechts ein Linkssystem zu machen, glaube ich, geht nicht. Das ganze Werkzeug los, ich bin da schon sehr beeindruckt. Finde ich echt gut. Liebe Zuschauer, die wenigsten von euch haben so einen Waffenträger zu Hause. Aus dem Grund mache ich den jetzt auch mal weg. Ich nehme zum Reinigen der Waffe einzig und allein das Firearm Pocket Set, dass es schnell geht. Wisst ihr, wie schnell es wirklich geht, werdet ihr sehen. Die Waffe hat 60 bis 80, maximal 100 Schuss. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist eine Schussanzahl, die auch eine klassische Jagdwaffe übers Jahr hin durch Schießkino die eine oder andere Drückjagd, die Rehbildjagd, bekommt. Und wie schnell es geht, diese Waffe einmal im Jahr Grund zu reinigen, das machen wir jetzt. So, liebe Zuschauer, Waffenträger ist weggeräumt. So sieht es in der Regel zu Hause einmal im Jahr am Küchentisch aus. Jetzt noch das Equipment, das wir verwenden und dann geht es los. Zum einen Firearm Pocket Set. VFG Komfortreiniger, 7,5 mm, passt für jedes 30er Kaliber. VFG Intensivreiniger, ebenfalls Kaliber 7,5 mm und Waffenöl eures Vertrauens. Okay, wie geht es los? Firearm Pocket Set, bekannt, bewährt. Auf den Deckel drücken, hier drin das Pocket Set, Stahlseil gemantelt, vorne die VFG Adapterspitze, mit dabei eine Rändelmutter zum Sichern der Filze, die wir aber nicht immer brauchen. Wir sie dann aber brauchen, wenn wir zwei Filze aufziehen, seht ihr aber gleich. Dann haben wir noch mit drin eine Zughilfe, hier eine eingefräste Nut, wird dann benötigt, wenn es schwer zu ziehen geht, die Fädelspitze hier einhängen und schon habe ich eine gute Möglichkeit, das Seil griffig zu nehmen und nach vorne durch den Lauf zu ziehen. Okay, wie geht es weiter? Als erstes, Rändelmutter ab und am besten hier in die Dose, dann geht sie nicht verloren, die brauchen wir dann nämlich. Und wir beginnen mit dem Komfortreiniger, mit einem Stück, ihr könnt ihn vorne aufschieben und hier ganz elegant über die Unterlage ziehen und drauf ist er. Dann Öl auf dem Filz und die ganze Sache in Schussrichtung vom Patronenlager in den Lauf einfädeln. Und ihr braucht hier, schaut mal, keine so kurzen Bewegungen machen. Das Seil ist so stabil, dass ihr hier 15, 20 cm hinten anpacken könnt und schiebt nach vorne raus, dann geht das nämlich erheblich schneller. Jetzt wird der Filz in Schussrichtung nach vorne durchgezogen und nun warten wir ab und geben dem Öl einfach mal Zeit zu arbeiten. Ich will hier erreichen, dass sich die Oberfläche ein bisschen anlöst, ein bisschen aufweicht. Hier drinnen haben wir Tombak-Ablagerungen und Schmauch-Ablagerungen und die machen wir jetzt erstmal weich. Bei dem Öl, das ich verwende, sind es 5 bis 7 Minuten und die Zeit geben wir ihm jetzt. Liebe Zuschauer, der erste Filz, den wir hier zum Öleintrag verwendet haben, wenn wir hier sehen, sehen wir eigentlich so gut wie nichts. Da ist nicht viel passiert. Wir schauen dann, was passiert, wenn wir die ganze Sache mal mit den Intensivreinigern angeraut und aufgeraut haben, ob sich dann mehr löst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so sein wird. Einwegzeit ist rum. Ich mache den ersten Filz jetzt ab und lege ihn zur Seite, schnappe mir zwei Intensivreiniger. Erster Intensivreiniger wird aufgeschraubt. Zweiter Intensivreiniger wird gesteckt. Und jetzt brauche ich die Rennelmutter, um die ganze Sache hier vorne zu sichern. Hier braucht es zwei, drei Gewindegänge. Mehr muss hier nicht drauf. Es geht nur darum, dass sich der vordere Filz hier nicht abzieht von dem metrischen Gewinde. Damit sich die ganze Thematik leichter ziehen lässt, machen wir auf diese Intensivreiniger noch mal einen Tropfen Öl drauf. Es muss nicht übertrieben viel sein. Es geht nur darum, den Zugwiderstand ein bisschen zu minimieren. Diese Intensivreiniger, was macht diese besonders? Hier in diesen Intensivreinigern sind sehr, sehr feine Messingfasern verbaut. Diese Messingfasern schneiden sich, kalibergenauer Filz, sehr exakt in die Züge um Felder der Waffe. Da, wo wir hinwollen und da, wo wir reinigen wollen, hier in diesen Zügen um Feldern. Hier habe ich die Ablagerungen drinnen. Im ersten Drittel des Laufes habe ich relativ viel Tombakabrieb. Hier schneidet sich das Geschoss in die Züge um Felder. In der Mitte passiert eigentlich gar nichts an Ablagerungen. Und im letzten Drittel haben wir relativ viel Schmauch, also nicht abgebrannte Nitrocellulose. Und auch die muss raus. Okay, wie beim Einziehen des ersten Filzes, so geht es jetzt auch hier mit den Intensivreinigern weiter. Mit der Einfädelspitze, ich drehe es kurz auf, übers Patronenlager in Schussrichtung, das Firearm Pocket Set in die Waffe einschieben und dann nach vorne relativ gerade durchziehen. Ihr solltet hier vermeiden, über die Ecke zu ziehen. Mündung ist eine sehr empfindliche Thematik. Bitte das Seil, auch wenn es Kunststoff gemantelt ist, gerade nach vorne rausziehen. Und ihr werdet hier merken, oder ihr werdet hier feststellen, beim ersten Mal durchziehen, der Intensivreiniger, dass die nicht einfach zu ziehen sind. Das wird ungleichmäßig werden, wie ich schon erwähnt habe, im ersten Drittel die Tombak-Ablagerungen. In der Mitte wird es leichter, einfacher, geschmeidiger. Und hinten im letzten Drittel wieder der Schmauch, der sich ablagert. Hier wird man wieder einen höheren Widerstand haben. Aber, wenn ihr es ausprobiert, werdet ihr es mitkriegen. Ich denke, ihr habt es gehört und ich denke, ihr habt es gesehen. Das ganze Thema geht nicht sehr geschmeidig, nicht sehr flüssig. Wir sehen aber auch nicht wirklich Schmutz auf der ganzen Thematik. Was jetzt zu tun ist, ich ziehe diese beiden Intensivreiniger so lange durch den Lauf, bis sich die ganze Thematik weich und gleichmäßig ziehen lässt. Ich würde mir behaupten, das wird 10 bis 15 Mal der Fall sein, maximal. Dann geht es gleichmäßig und leicht. Durchgang Nummer 2. Einfädeln, durchziehen, quietschen, erheblich weniger. Und es lässt sich merklich einfacher ziehen. Was wir hier machen, ist diese angelösten Ablagerungen durch die Einwirkzeit vom Öl jetzt aufzurauen. Und jetzt geht es schon erheblich leichter. Also ich denke, wir sind hier eher bei 60 Schuss als bei 100. Wir haben durch das Eintragen des Öls die Oberfläche ja weich gemacht. Je dünnflüssiger das Öl, umso besser wir das hier arbeiten können. Nennt sich Kapillareffekt. Das Öl sickert durch die feinen, ja ich nenne es mal Haaresse, Mikrospalten, unter die Ablagerungen bis zum Lauf und löst diese ab. Jetzt reißen wir diese Oberflächen mit den Intensivreinigern auf, um sie dann mit Comfortreinigern aus dem Lauf zu transportieren. Seht ihr wie leicht? Es geht jetzt. Leicht, gleichmäßig, kein quietschen. Sehr, sehr guter Indikator, dass wir da sind, wo wir hinwollen. Guckt euch jetzt den Filz an. Deutlich verfärbt, deutlich schwarz. Was ich jetzt mache für eine intensive Reinigung, ich trage jetzt nochmal Öl in die Waffe ein, dazu die Rändelmutter ab, die beiden Intensivreiniger ab. Und jetzt nehme ich nochmal den ersten Filz, einfach aus diesem Grund, weil der schon Öl drauf hat und ich ihn tatsächlich nochmal verwenden kann. Diesen Filz wieder durchs Patronenlager, in Schussrichtung, in den Lauf eingefädelt und kurz nach vorne ausgezogen. Und jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal Zeit. Nochmal diese 5 bis 7 Minuten. Was jetzt passiert ist, dass wir mit dem ersten Öleintrag die Sache aufgeweicht haben. Mit den Intensivreinigern haben wir die ganze Thematik aufgerissen und angelöst. Auf diese aufgerissene Oberfläche kommt jetzt nochmal mit dem ersten Filz Öl drauf. Und jetzt darf das Ganze nochmal arbeiten und in diese aufgerissene Oberfläche aus Tombak und Schmauch nochmal richtig nach unten durchsickern. Und das 5, 7, 10 Minuten. Schaut hier ein bisschen auf die Herstellerangabe. Okay, zweite Einwirkzeit vorbei. Ich mache den ersten Filz ab. Der hat seine Schuldigkeit getan. Ab jetzt arbeite ich nur noch mit frischen, sauberen Komfortreinigern. Aufschrauben, einfädeln, durchziehen, abmachen. Nächster Komfortreiniger. Immer frische Reiniger. Kein Öl mehr drauf. Jetzt will ich das, was sich angelöst hat und was ich aufgeraut habe, nach vorne aus dem Lauf haben. Und das Ganze zieht sich sehr weich. Und ich denke, dass wir hier in Summe mit 5 Filzen komplett sauber sind und nichts mehr drin ist. Und das Ganze ohne Putzstock. Mit dem Firearm Pocket Set, was auch tauglich ist für den Küchentisch. Denn so wird es in der Regel zu Hause laufen. Einen spendieren wir ihm noch, weil wir es sehr gut meinen. Und jetzt schaut mal. Ich lege mir das Seil hier nur um einen Finger. Die ganze Sache geht jetzt wirklich ganz cremig durch. Da ruckelt nichts mehr. Und wir haben auch hier definitiv nichts mehr drauf. Das war es mit dem Lauf. Firearm Pocket Set. Kann man jetzt zur Seite. Wir haben aber hier noch ein, zwei Komponenten. Sprich, ein Verschluss und eine Abzugseinheit. Und mit der machen wir jetzt weiter. Verschluss haben wir schon ausgebaut. Und jetzt, Abzugseinheit, können wir hier bei der BRX1 ebenfalls rausbauen. Hier ist eine Verriegelung, die muss nur kurz angehoben werden. Das geht wohl mit dem Kugelschreiber. Habe ich nicht. Ich schnappe mit dem Werkzeug einen kleinen Haken. Und jetzt nehmen wir den Verschluss raus. Dann kommen wir an alles wirklich sehr, sehr prächtig und einfach ran. Mein Universalwerkzeug. Gebaut für eine AR. Hier ist ein kleiner Haken drin. Mit diesem Haken wird diese kleine Platte hier nach oben gezogen. Klick. Und dann kann der Verschluss nach vorne ausgeschoben werden. Hier kommen wir gleich noch zum nächsten Feature der BRX1. Net einstellbares Abzugsgewicht. Drei Gewichte einstellbar. Was genau? Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Guckt ins Datenblatt. Findet ihr alles bei beretta.com. Habe ich mir sagen lassen. Aber geht. Hier sehen wir schön jetzt diese Abzugseinheit. Da kommen wir klasse ran. Was ich jetzt hier mache, zeige ich euch. Erstens mal Schlagstück auslösen. Dann sind hinten alle Federn entspannt. Und dann kann man wirklich schön hier das Ganze mit Öl versorgen. Hier ist aber weniger wieder mehr. Verwendet hier wenig. Ich bevorzuge hier einen Punktöler. Ich zeige es euch ganz kurz, wie ich die ganze Sache hier mit Öl versorge, um Korrosionsschutz und eine Leichtgängigkeit in dem ganzen System zu gewährleisten. Punktöler sehr fein zu dosieren mit so einem Punktöler. Es geht hier um die Federn, um die beweglichen Teile, die Bolzen, die hier drin sind. Und hier mit dem Punktöler wirklich nur einen kleinen Tropfen auf diese Thematik aufsetzen. Und das Ganze ein bisschen bewegen. Schlagstück spannen, Abzug wieder betätigen. Ihr könnt das Ganze auch immer ein bisschen drehen. Erdanziehungskraft hilft ja oftmals weiter. Das Ganze befindet sich im Kunststoffgehäuse. Hier Korrosionsschutz braucht es nicht, ist nicht vonnöten. Abzugseinheit somit am Ende des Tages. Eine sehr schnelle Sache erledigt in diesem Fall. Schlagstück wieder zurück, sonst lässt sich die Thematik nicht einbauen. Und dann zur Seite. Und schon kommen wir zum Verschluss. Der Verschluss an und für sich. Hier unten geht es tatsächlich nur um den Korrosionsschutz. Gleitende Flächen haben wir nur hier. Außen, links und rechts, diese Rails. Hier habe ich eine Fläche oder zwei Flächen, die hier eingreifen. Links und rechts an der Waffe. Hier wird der Verschluss geführt. Hier können wir einen Tropfen Öl spendieren. Hier würde ich es aber ebenfalls wieder so machen. Weniger ist mehr. Macht bei solchen Thematiken Öle nicht in starre Systeme. Hier muss explizit direkt kein Öl drauf. Ihr könnt es hier an den außen liegenden Teilen machen. Es geht viel schneller. Es geht viel einfacher. Ihr macht hier auf diese Schienen ein bisschen Öl drauf. Nicht zu viel. Es muss nicht unbedingt ein Punktöler sein. Das geht auch mit einem Dosierspray. Aber dann macht es relativ wenig. Schaut mal, ich setze hier nur zwei, drei kleine Flächen auf und lasse das Ganze so stehen. Denn wenn ich jetzt ohne Verschlusskopf in die Waffe einführe, lässt sich die ganze Thematik wunderbar bewegen. Und ich mache das auch mal, indem ich den Verschluss auf den Kopf stelle. Auch hier wieder Erdanziehungskraft Thematik. Das Öl wird sich jetzt im System verteilen und wird sich überall dahin abbilden, spiegeln auf der Innenseite der führenden Komponenten, wo ich es haben will. Verschluss wieder raus. Und wenn ihr hier seht, ich habe nicht viel aufgetragen, aber es ist eigentlich hier schon zu viel. Alles Öl, was hier jetzt nach außen gelaufen ist, könnt ihr, sollt ihr mit dem Tuch abnehmen. Es hat sich nämlich alles, was ich an Öl, an Schmierfilmen brauche, innen in der Waffe abgebildet. Es hat sich abgedrückt. Hier haben wir nur ein Thema Korrosionsschutz, auch von der Menge vom Öl her. Es reicht, so ein kleiner Film, ihr seht, ich ziehe das wirklich nur durch den Sprühnebel. Es reicht für den Korrosionsschutz allemal und mehr will ich hier nicht haben. Was wir hier noch haben, und das finde ich echt klasse, nicht nur, dass ich die Thematik von rechts nach links umbauen kann, sondern ich habe auch hier ein bewegliches Teil. Durch diese Tauschmöglichkeit, diese Wechselmöglichkeit, komme ich auch hier sehr einfach ran. Ich nehme jetzt einfach mal einen Punktöl her, weil der wird hier auch funktionieren. Verriegelung drücken, dann kommt diese Mechanik hier raus. Und auch hier können wir wieder, sollte da Schmutz dran sein, das entfernen, aber es wird sich nicht viel abbilden. Die Waffe per se ist nach hinten im System ja geschlossen bei der Schussabgabe. Durch das Aufblähen des Lidern der Hülse sollte eigentlich nichts an Gasdruck oder an Stäuben nach hinten durchgehen. Aber auch hier wieder ein bisschen Öl drauf. Ihr braucht hier nicht viel drauf. Das Ganze vielleicht mit dem Finger verteilen. Und weil wir hier sind, mit dem Finger verteilen, denkt immer daran, Handschuh kann nicht schaden. Auch Öl ist Chemie und ich muss es nicht direkt auf der Haut haben. Verschluss wieder einsetzen. Dazu müssen wir hier das Knöpfchen wieder drücken. Verschluss ist drin. Verschlusskopf, auch durch seine Zerlegbarkeit, einfache Zerlegbarkeit, wirklich sehr schön zu reinigen. Ich kann den Verschlusskopf komplett abmachen. Ich habe hier die Möglichkeit, sollte ich Ablagerungen drin haben, mit einer Nylonbürste oder einer Messingbürste, diese Ablagerungen hier rauszubürsten. Aber wir haben hier tatsächlich nicht viel bis gar nichts. Aber zum Vorgehen, ähnlich wie beim Lauf. Ihr macht hier Öl drauf und lasst die ganze Thematik einfach mal stehen. Gebt dem Öl Zeit. Lasst die Produkte hier arbeiten, um was anlösen zu können, um was auflösen zu können. Auflösen ist vielleicht falsch. Um was anlösen zu können und um die ganze Sache hier rausbürsten zu können. Einfach mal einen Kaffee trinken gehen zwischendrin. Macht die ganze Sache dann im Nachgang einfacher. Hier haben wir natürlich auch noch eine Thematik. Hier kommt ein Schlagbolzen durch. Der ist hier. Dieses ganze Thema. Ja, man kann es zerlegen. Nein, man soll es nicht zerlegen. Das ist Sache für den Büchsenmacher. Hier werden in der Regel auch Fette verwendet. Das ist eine spezielle Sache. Davon die Finger lassen. Deswegen machen wir hier auch nicht weiter. Alles, was wir hier reinigen können, ist gut. Alles, was weitergeht, würde ich persönlich nicht tun. Wir sehen hier, es ist nicht wirklich viel drin, bis gar nichts. Also die Waffe ist relativ sauber, bis sehr sauber. Aber hier dieser Stoßboden geht mit der Messingbürste sehr gut. Ansonsten könnt ihr auch einen Intensivreiniger verwenden. Mit der schmalen Seite. Und mit diesen Intensivreinigern die Ablagerungen heraus... Raus, wie nenne ich es denn? Schruppen, Bürsten. Das ist keine Bürste, das ist ein Intensivreiniger. Aber diese Messingfasern, die nehmen diese ganze Sache sehr gut auf. Und mit den Comfortreinigern das Angelöste austragen. Das ganze Spiel funktioniert auch hier zwischen dem Verriegelungswarzen. Intensivreiniger passt hier sehr gut in die Verriegelungswarzen. Das Ganze einfach hier anrauen und aufreißen. Aber wie gesagt, hier ist nichts drin, definitiv nichts drin. Und mit den Comfortreinigern das ganze Thema abtragen. Ansonsten zum Thema Verschlüsse, Verschlüsse und Öl. Hier scheiden sich ein bisschen die Geister. Die einen sagen, so viel wie möglich. Die anderen sagen, so wenig wie möglich. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich finde es nicht gut, wenn Waffen vor Öl triefen und es überall unten rausläuft. Und bei Verschlüssen, die sind so exakt gearbeitet, dass es hier wirklich eine dünne Öl- oder Fettschicht tut, die man hier braucht, damit die ganze Sache einwandfrei funktioniert. Hier sieht man auch sehr schön nochmal die Anzahl der Verriegelungswarzen. Ganz klare Sache, das kommt aus der Sparte Militär. Sehr solide, sehr massiv, im Magnum-Kaliber. Zwei Reihen, 16 Verriegelungswarzen. Verschluss, hintere Seite an Mechanik. Wir haben hier nichts. Wir haben ein Spannsystem, an das wir nicht rankommen. Sollte man auch tatsächlich nicht zu Hause zerlegen. Überlasse das den Büchsenmacher. Die korrespondierenden Flächen, die Gleitflächen, haben wir mit Öl versorgt. Wir haben einen Korrosionsschutz aufgelegt auf das ganze Thema. Wir können das Ganze jetzt wieder zusammenbauen. Wir haben sie nach rechts gesteckt, so wie sie war. Jetzt können wir sie wieder komplementieren. Und aus der Waffe wieder eine komplette Waffe machen. Verschlusskopf mit dem Schlagbolzen. Hier ist jetzt drauf zu achten. Auszieherkralle. Jetzt sind wir im Rechtssystem. Auszieherkralle muss wieder nach rechts. Hier, wo der Camp-Pin ist, das Ganze wird einfach wieder ineinander geschoben. Von vorne in den Verschluss eingesetzt. Camp-Pin leicht nach unten drücken. Und einrasten lassen. Was ihr hier seht, dieser kleine Bogen hier. Plus diesen Camp-Pin. Diesen Pin. Der ist dafür zuständig, dass die Waffe vor dem Patronenlager, also im Lauf, verriegelt. Wenn die ganze Sache geschlossen wird, geht das nach vorne. Der Camp-Pin geht nach hinten und versetzt dem ganzen Spiel hier eine Rotation nach links. Und dann greifen die Warzen hier hinten ins Gegenstück und die ganze Sache ist fest miteinander verbunden. 100%ige Anwendung aus der AR. Verschluss geölt. Abzugseinheit geölt. Lauf ist sauber. Machen wir sie wieder zusammen. Ich hatte mal eine Abzugsgruppe. Diese wird von unten in die Waffe eingesetzt. Ganze nach hinten geschoben. Und hier klack, verriegelt. Dann der Verschluss in die correspondierenden Flächen. Hier gibt es einen leichten Widerstand. Verschluss ist drin. Schließen. Komplett sichern. Jetzt machen wir die Waffe außen noch. Ein bisschen Korrosionsschutz außen kann nicht schaden. Aber hier ist weniger auch mehr. Was ich persönlich nicht haben will, ist, wenn ich zur Jagd gehe, dass ich vorher meine Waffe noch inölen muss, weil das Ding so ölig ist, dass ich die fast nicht halten kann. Das ist auch nicht nötig. Diese Beschichtungen, die hier drauf sind, sind mittlerweile dermaßen gut. Es geht hauptsächlich hier um das Thema Fingerprints und doch ein Stück weit einen Schutz vor Feuchtigkeit. Aber zur Menge. Das, was ich jetzt mache, macht ihr zu Hause bitte im Freien. Damit ihr hier nichts auf dem Boden kriegt, hier nichts glatt wird. Aber seht mal, dieser Sprühnebel. Und ich ziehe das ganze Thema hier nur durch. Wenn ihr jetzt hier über den Lauf, über die Waffe guckt, dann seht ihr ein ganz feines Punkt im Muster. Nebel, das ist der Sprühnebel. Diese Menge reicht für den Korrosionsschutz. Mehr ist überhaupt nicht nötig. Das Ganze wird jetzt nur noch mit dem Lappen gleichmäßig verteilt. Und ich habe eine tiptop gepflegte, saubere, zuverlässige Waffe. Und Verschluss ist cool. Die geht echt gut. Liebe Zuschauer, Beretta BRX1. Kurzes Fazit. Interessante Waffe, solide verbaut. Schönes System, geradezu Repedierer. Ohne Handspannung mit drei Stellungssicherungen. Hier Kaliber 30.06. Vorne Mündungsgewinde. Einsteckmagazin. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Quietsch orange macht Sinn. Übrigens fünf Schuss im 30.06. Also hier habe ich tatsächlich sechs Schuss mit an Bord. Fünf im Magazin, einen im Lauf. Mein Fazit. Sehr solide, stabile Waffe. Gut im Handling. Einwandfreier. Kammergang. Und das hat sie auch gemacht. Ohne, dass ich sie geölt habe. Abzug. Gewohnt gut, muss ich sagen. Hier kann ich nichts aussetzen an dem ganzen Thema. Interessante Waffe. Kunststoff macht Sinn. Was hier noch interessant ist, dieser Pistolengriff. Man kann die austauschen. Mir passt die fast. Könnte aber ein bisschen weiter vorne sein. Hier gibt es eine Möglichkeit, über diese Schraube den kompletten Pistolengriff zu tauschen und gegen den steileren Pistolengriff, also die ganze Sache geht dann einfach weiter hier nach vorne, auszutauschen. Und somit wird es kürzer. Das heißt, das Ganze ist auch anpassbar. Ich denke in drei Größen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir lassen uns überraschen. Man kann es austauschen. Das ganze Spiel, von der Optik her, über Geschmack lässt sich streiten. Was ich aber sagen kann, und da bin ich jetzt ganz gnadenlos ehrlich, sie fühlt sich tatsächlich erheblich besser an, als sie aussieht. Sie hat eine wirklich klasse Haptik. Sie liegt schön in der Hand. Der Kunststoff ist nicht unangenehm. Und er wirkt, wenn man in der Hand hat, auch sehr wertig. So, liebe Zuschauer, das war es mit dieser Folge und der Beretta BRX1. Mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, die Glocke nicht vergessen. Support ist kein Mord. Bis dahin, bleibt sauber. Euer Andi von VFG Weaponcare. Bis dahin, bleibt sauber.